Hallo Leute, Willkommen zurück zu Happy Wheels. Ich mache jetzt weiter mit dem Level vom letzten Part. Hier von dem Fatboy12345. Einfach um zu gucken, was es hier noch so gibt. It's time for a hard, funny and nice Obstakel-Kurs. Nein! Oh nein, Timmy. Okay, scheiße, jetzt habe ich keinen Schutzschild mehr. Geh weg! Oh Gott. Nein, ich war richtig. Nein, mach's nicht kaputt. Oh Gott. So. Ja, genau. Gut. Äh, Hadditch Puppy, äh, Hadditch Puppy. Okay, das kommt, wenn man die Seite refresht und die gerade down ist. Ähm. Oh Gott, wann wurde Happy Wheels released? Ich glaube nicht 2010. Ich glaube 2008. 2008. Also ich, ich kenne das Spiel schon ewig eigentlich. Echt? 2010? Das gibt's erst seit zwei Jahren? Also das kenne ich schon. Das kommt mir so vor, als wenn ich das schon ewig kennen würde. Ich kann's ja schon, bevor mir das von euch vorgeschlagen wurde. Vor ein paar Monaten. Da hab ich das halt immer mal wieder, äh, gelesen. Spielert da mal, Spielert da mal, Spielert da mal. Dann wollte ich eben die Reihe Let's Flash etablieren. Was ich ja mittlerweile auch schon gemacht habe. Und, äh, da gibt's ja mittlerweile auch schon den hundertsten Part. Ich glaub aktuell hundert, ja, vermutlich schon 105 Parts oder so. Alter, geh weg! Und das war sogar echt das erste Flash Game, was ich, äh, ja, dann in der Let's Flash, sag mal, bin ich unfähig oder wat? Äh, das war dann echt das erste Flash Game, was ich in dem Let's Flash präsentiert habe. Also, Happy Wheels. Und, ja, das wurde mehr als oft geschrieben. Mein, ja, klar! Verdammt. So, nochmal, nein, 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 nein. Geh weg! Boah! Bin ich frei? Yay! Und, bam! Boah! 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 Oh, Gott, was ist das? Wow! Cool! Und die verschwinden dann an der Zeit, ja, okay. Nein! Oh, noch ein Level. Ein, 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 ein Level im Level. Cool. Oh, das war eine effektive Shotgun, äh, Shotgun, Bazooka. Was ist hier? Oh, das ist hier? Final Level. Oh, oh. Ja, natürlich! Ja, natürlich! Boah! Boah! Das war doch ein cooles Level, oder? Ich fand schon, ich fand schon, Blue Lead Ball von First Dawn Productions. Was? Was? Set and Grab. Okay. Ah, das kennen wir schon. Also, jedenfalls die. Ja, doch, ich glaube, das kenne ich schon. So, einfach hin und her wackeln. Genau. Hui! Hey! Ja, toll! Geil! Was ist das denn, bitte? Ja, na, nice. Nein! Halt dich einfach fest. Und brich dir nicht wieder was. Schlimm, ey. Die heutige Jugend. Ja, gar... Was soll das? Halt dich... Nice. Na, na, nice. Na, nein. Halt den Ball fest. Okay. Tschüss, Ball. Gut. Ja! Und... Ja, 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 ja. Genau so. Oh, oh. Wow. Das war knapp. Oh, oh. Wow. Woop. Jetzt hier durch. Ja. Oh. Noch mal einen fetten Salto gemacht. Oh, shit. Nein, Timmy! To buy and PewDiePie. To buy. To, 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 to. Ich dachte schon, das wäre jetzt ein Satz. Yay! Danke für das Spielen. Ah! Oh, das To, weh. Ja, auch ein sehr schönes Level. Äh, Rob Swing, Rainbow. Wo waren wir denn jetzt schon drin? Ich glaube... Better Botrunnen kennen wir noch nicht. Nee. Und Botrunnen am besten mit dem hier. Ich glaube, mit einem anderen Charakter ist das auch kaum möglich. Alter! Ja, natürlich! Noch mal von vorne. Oh, shit. Oh, shit! Ja! Yay! Wow! Kabum! Ja, habe ich auch gemerkt. Mir fehlen meine Arme! Ah! Okay. Okay. Timmy seufzt. Nein! Aber ich habe es überlebt. Ich habe es überlebt. Cool. Äh, dann das Level Stay On vom Marksman. Kind of Survive. So Level mag ich. Mal gucken, was da jetzt kommt. Ach so! Ah, einfach festhalten und dann gucken, ob man das ganz überlebt. Ja, das wird witzig. Oh oh. Oh oh. Gut, dass die vor mir da waren. Und wie lang? Ich finde es hier Ende. Oh oh. Nein! Boah! Das war knapp. Das war sehr knapp. Oh oh. Ich glaube, jetzt ist es vorbei. Nee, doch noch nicht. Oh shit. Oh shit. Ich habe meine Beine nicht mehr unter Kontrolle. Ich kann mich nicht mehr dran ziehen. Oh! Nein! Verdammt! Jetzt sehe ich noch nicht mal, wie lange ich überlebt habe. Obwohl, das wäre, glaube ich, cooler, wenn ich meine Kinder mitnehmen könnte. Weil, desto mehr, desto lustiger. Ja, toll. Nein! Ja! Ja, wie brutal. Okay. Dann halt nur der Kleine. Yeah! Ja, toll. Soll... Nee, komm, nur mal von vorne. Komm. Nein, lass dich... Ja, genau. Genau. See? Da bin ich. Ich lebe. Haha! Wie behindert. Den sieht man noch kaum. Die kann ich sogar so hängen lassen. Dir passiert einfach gar nichts. Also, da reißen dann die Arme einfach ab. Da brauchen wir echt keine Sorgen machen, äh... Da jetzt irgendwie irgendwo gegen zu klatschen. Oh ja, wird schon... Nein! Mir wurden meine Arme ausgerissen. Okay. Okay. Nice. Vielleicht können wir nochmal... Oh, shit! Halt dich fest! Oh, ihm fehlt ein Bein! Nein! Who will win? Yay! Yay! Was ist mit seinem Arm? Ach, weil es LAN. Okay. Das, äh... Wird ja wohl nicht mehr allzu lange über... Okay, ich bin tot. Nein! Ja, nice. Und... Raus da! Äh... Ich frag mich ja echt, ob es da irgendwie ein Ende geben wird. Wenn man das länger überlebt. Aber ich... Ich wüsste jetzt nicht... Wie. Walmart Shopping! Hm... Oh Gott! Ja, das passt ja zu der Fetten. Ich muss ein paar Brötchen kaufen. Welcome to Walmart. Food. Ja, natürlich. Die Frau will auch bestimmt Gemüse haben. Genau. Noch ein paar Toiletten mitnehmen. Falls man mal wieder Stuhlgang hat. Was ja selten vorkommt, ne? Komm! Geh nach vorne! Ja, 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 ja! Flieg! Flieg! Oh, das ist ein Fake-Auto. Cool. Dann kann ich also doch vorbei. Nein! Alter! Ach, komm schon, ey. Ach! Nein! Nein, 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 nein! Jetzt komm! Du bist dein Problem. Warum geht der denn nicht nach vorne? Ja, genau. Okay. Dann nicht. Dann gehen wir in das nächste Level. Und zwar in... Zombie-Defense. Ah, Pflanzen versus Zombies. Was? Up. Down for Robot Arm. Na, irgendwie nicht. Ich hab Le-Taste schon gedrückt. Also, eigentlich... Ah, jetzt. Wow! Und... Ah, verdammt. Bam! Bam! Boah! Das ist doch mal eine schöne Möglichkeit. Und die ganzen Kackviecher zu töten. Eine schöne, innovative Idee. Boah! Was ist denn da passiert? Uah! Uah! Hui! Uah! Immer dieselben. Gibt es hier keine Kinder-Zombies? Das finde ich eigentlich immer toll. Oh! Oh! Der schwarze Mann ist tot. Toll! Nochmal! Yay! Bam! Schleuder alle weg! Zack! Toll! Jetzt hab ich schon... Okay, okay. Nein! Ah! Daran bin ich also gerade gestorben. Ich habe mich... ...selber mit der Klinge getroffen. Auch cool. Dass sowas geht. Dann... ...schließen wir den Part... ...mit dem Level von German Star ab. Pumpkin Run. Okay. Oh! 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 Viel zu kurz! Weil Halloween ist... Toll! Okay! Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Part. Wenn ihr mehr so in Wort besucht, den Kanal. Wäre allerdings noch nett, bevor ihr eben das Video hier wegklickt, nochmal eben das Video zu bewerten. Bis dann! Tschüss! Tschüss! Leute!